Es ist so seit Anbeginn, dass sich Menschen um ein Feuer versammeln, um sich Geschichten zu erzählen. Was ist heute aus dem Feuer geworden? Fast scheint es, als wäre es in Vergessenheit geraten. Ist nicht das Feuer immer noch in uns? Sind es nicht immer noch die gleichen Geschichten und Motive, die manchmal in uns aufblitzen? Was wäre, wenn wir diese Geschichten nicht nur in uns tragen würden? Was wäre, wenn wir wieder anfangen würden, Geschichten in die Welt zu tragen, um damit Menschen zu inspirieren und zu begeistern? Willkommen bei K16 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 K16